Hallo bei Fintool. In Teil 2 befassen wir uns heute mit der Geldrendite. Kommen wir dazu auf unser Beispiel aus dem ersten Teil zurück und nehmen an, dass der Vermögensverwaltung nun Einfluss auf Timing und Höhe der Cashflows hat, die Geldgewichte der Rendite, also die korrekte Beurteilungsgrösse für die Wertentwicklung der Anlage darstellt. Wie bereits erwähnt, entspricht die Geldrendite dem internen Zinsfuss. Sie ist derjenige Zinssatz, der die einzelnen Cashflows inklusive der Anfangsinvestition auf den Endwert der Anlage aufzinst. In unserem Beispiel bedeutet dies die Suche nach R in der folgenden Gleichung, wobei der Exponent jeweils die Anzahl Jahre definiert. R lässt sich dabei nicht direkt bestimmen, sondern ist das Ergebnis einer Iteration, also eines Trial-and-Error-Prozesses. In Excel kann dies sehr leicht über die Funktion xint zinsfuss umgesetzt werden. Dabei bezeichnen Werte die jeweiligen Cashflows, welche in unserem Excel-Sheet in Kolonne L eingetragen wurden, und Zeitpunkte die Daten, an welchen die Cashflows stattfanden. Damit die Datumsangaben für Berechnungen verwendet werden können, definiert Excel diese als fortlaufende Zahlen, beginnend mit 1 für den 1. Januar 1900. Und der Schätzwert ist derjenige Zinssatz, mit welchem die Iteration beginnt. Wir haben hier 4% gewählt. Im Ergebnis resultiert ein Wert von 5,6%, die jährliche Geldrendite. Setzen wir nun diesen Zinssatz für die Aufzinsung der Cashflows ein, erhalten wir in der Summe genau den Anlageendwert. Eine in diesem Kontext auch oft verwendete Berechnung, sie hat den Vorteil, dass auf eine Iteration verzichtet werden kann, ist die Modified Deeds-Methode. Diese gewichtet ganz einfach die einzelnen Cashflows gemäss ihrer Anlagedauer. Auf unser Beispiel bezogen, sieht dies wie folgt aus. Ausgangspunkt sind Anfangs- und Endkapital, sowie die während der Anlageperiode erfolgten Cashflows, welche sich auf minus 10.000 summieren. Werden diese gemäss Anlagedauer gewichtet, summieren sie sich zu plus 2.500. Der Anlageerfolg in Franken beträgt 12.909, also 52.909 minus das netto investierte Kapital von 40.000. Setzen wir nun den Anlageerfolg ins Verhältnis zur Anfangsinvestition plus den gewichteten Cashflows, also 52.500, resultiert eine Gesamtperformance von 24,6% bzw. eine jährliche Rendite von 5,7%, was ziemlich genau der vorhin berechneten Geldrendite entspricht. Wie in Teil 1 bereits erwähnt, ist also nicht das netto investierte Kapital von hier 40.000, sondern das durchschnittlich investierte Kapital für die Berechnung einer sinnvollen Rendite maßgebend. Wird die Modified Deeds Methode auf Subperioden angewendet und deren Renditen multiplikativ verknüpft, nähert sich das Ergebnis der zeitgewichteten Rendite an. Vorsicht bei der Anwendung der Modified Deeds Methode ist allerdings geboten, wenn das Anlageportfeu sehr hohe Cashflows ausweist. Denn dann kann es im Extremfall zu unrealistischen Ergebnissen kommen, wie beispielsweise ein Verlust von grösser 100%. Abschliessend noch folgende Bemerkung zur Anwendung der Zeit- und Geldgewichteten Rendite. Welche der beiden Renditemasse für die Beurteilung des Portfolio Managers die relevante Performancegrösse ist, lässt sich nicht immer eindeutig bestimmen. Es ist zwar sehr oft der Fall, dass der Vermögensverwalter keinen Einfluss auf die einzelnen Zahlungsströme hat. Je nach Anlagerichtlinien können die Freiheitsgrade innerhalb des Portfolios jedoch beträchtlich sein. Beispielsweise, dass der Cashanteil sehr hoch sein darf. In solchen Fällen hat der Vermögensverwalter zwar keinen Einfluss auf die externen Cashflows, jedoch grossen Einfluss auf die internen Cashflows. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass ein externer Mittelzufluss innerhalb des Portfolios quasi neutralisiert wird, indem dieser eben nicht investiert wird. Je nach Marktlage, zu Gunsten oder zu Ungunsten der Anlage. Viele solcher Situationen sind denkbar. Entsprechend kann es durchaus Sinn machen, sowohl die Zeit als auch die Geldrendite zu berechnen und zu interpretieren. Denn nicht immer gibt es nur die eine richtige Rendite.